Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und willkommen beim Tele-Stammtisch und wir beginnen diese Besprechung mit einer Erkenntnis, die ich heute gewonnen habe. Lieder. Erstmal hallo. Hallo. Weißt du, wer die ärmste Sau ist? Nein, wer ist die ärmste Sau? Richtig, Liam Neeson. Pass auf, Liam Neeson ist die ärmste Sau, weil der arme Mann, pass auf, ja, der kann nicht mal in ein fremdes Land reisen und hat ja gleich Ärger mit der ortsabhängigen Mafia, ja, der kann auch nicht mal mit dem Zug zur Arbeit fahren, dann stolpert der in eine Mordverschwörung und jetzt kann der arme Mann nicht mal seine Kinder zur Schule bringen. Ja, er hatte einfach recht, dass er das eigentlich instinktiv nicht wollte, die Kinder zur Schule bringen. Er hat gewusst, dass da nur was schief gehen kann. Ja, das stimmt. Wir reden heute über Retribution, dem neuen Film mit Liam Neeson von Nimrod Antal, dem Regisseur von Control, Motel und Predators. Und wusstest du, dass es ein Remake ist? Ja, und es ist ja nicht nur ein Remake, sondern quasi ein, das Remake eines Remakes eines Remakes sozusagen. Also das gibt ja, wenn ich mich jetzt nicht irre, bereits drei Filme davor, die alle diesen gleichen Drehbuchautor Alberto Marini hatten. 2015 war der erste spanische Retribution, das Original sozusagen, wobei bei der recht deutlich von einem etwas älteren Film mit Keanu Reeves abgeguckten Story ist, etwas schwer ist, hier von einem Original zu sprechen. Aber da kam jedenfalls erst Retribution. Dann gab es nochmal 2018 oder 2019 war das eine deutsche Fassung, dann nochmal eine japanische von 21 und jetzt diese. Und vielleicht habe ich sogar auch noch eine vergessen. Durchaus möglich ist es noch eine gehabt. Tatsächlich wusste ich gar nicht von der japanischen. Also ich kannte das Original, Anrufe unbekannt. Ich kannte das deutsche Remake, steigt nicht aus mit Wotan Wilke Möhring und jetzt halt eben Retribution. Aber wenn es eine japanische gibt, okay, ja, die werde ich mir nicht anschauen, denn ich sage gleich vorweg, ich finde Retribution oder die Handlung, die Prämisse super, aber ich finde, dass daraus bislang kein guter Film entstanden ist. Also ich fand das spanische Original nicht besonders gut, die deutsche Fassung fand ich jetzt auch nicht so pralle und Retribution. Wobei, warte mal, hier ist der erste Fehler, glaube ich. Eigentlich gibt es ja zwei deutsche Remakes, wenn man ehrlich ist. Denn Retribution wurde ja zumindest laut Vorspann und Abspann sehr viel in Deutschland gedreht und finanziert und er spielt hier auch in Berlin. Und ich meine, das steigt nicht aus, auch in Berlin spielt. Genau, das heißt, die haben jetzt einfach die ganzen Requisiten von einem Babelsberger Set ins nächste geschoben und gesagt, machen wir das Ganze mal nochmal. Merkt keiner. Ich war enttäuscht, wirklich. Ich war ein bisschen enttäuscht, als der Film dann anfing und ich sah, ach, der spielt in Berlin. Aber das gab es doch schon mal. Also das ist wirklich ziemlich faul, finde ich. Weil es gäbe ja genügend andere Städte, wo man das hätte spielen lassen können. Genau, es gäbe genügend andere Städte, in denen man es hätte spielen lassen können. Und man hätte ja auch zumindest, wenn man es schon in Berlin spielen lässt, mal das Auto nicht immer nur um einen Block kreisen lassen können. Aber vielleicht sollten wir erst mal sagen, was hier überhaupt, welches Auto? Also, Lime Neeson, worum geht es hier überhaupt? Lime Neeson ist Matt, der Banker und etwa so reich, so wirklich super reich, wie man das sich von einem Investmentbanker klischeehaft vorstellt, der, wenn ihr ansatzweise die Miet-Situation nicht nur in ganz Deutschland, aber hier in Berlin ganz besonders kennt, dann könnt ihr euch ja etwa ausrechnen oder abschätzen, wie unglaublich reich man sein muss, wenn man in einem mehrstöckigen Designerhaus von der Größe von etwa zwei Fußballfeldern wohnt, obwohl man nur eine insgesamt vierköpfige Familie hat. Also Lime Neeson, seine Gattin und dann noch zwei nervige Kinder, die noch wichtig wären, denn einmal im Gefühlt seinem ganzen Leben muss jetzt auch mal Papa Matt die Kinder zur Schule fahren. Möchte er eigentlich nicht, hat er natürlich recht damit, denn als er dann auf dem Weg ist, kriegt er einen Anruf und es ist ein Serienbomber, der ihm einen Strengkörper unter den Sitz geschoben hat, und der losgeht, wenn Lime aussteigt oder irgendwas macht, was der Serienbomber nicht möchte, denn da kann der Herr Bomber per Fernsteuerung die Bombe sprengen. So muss Lime Neeson jetzt durch Berlin kamen. Vielen Dank. Ich sagte es schon, die Prämisse an sich finde ich toll. Das hat so was Hitchcockian-mäßiges, finde ich. Und ich glaube, man hätte daraus wirklich was Spannendes machen können, aber was jeder Teil oder jeder Film, der diese Prämisse hatte, falsch macht aus meiner Perspektive, sie versuchen immer daraus einen Actionfilm zu machen und das funktioniert meines Erachtens gar nicht. Oder glaubst du, dass es ein guter Actionfilm gewesen wäre? Der hatte für einen Actionfilm praktisch gar keine Action. Also wie viel Action gab es in dem Film? Es gab zwei recht kurze, wirklich mit kurz meine ich sekundenlange, sehr unspektakuläre Verfolgungsjagden, wie das nun mal meistens ist, wenn jemand vor der deutschen Polizei davonfährt, ja, es war lila, blau Licht, und dann zwei Explosionen, die jetzt auch nicht, nee, pardon, vier Explosionen. Eine gibt es ganz am Anfang, dann nochmal so etwa nach einer halben Stunde eine und zweimal knallt es dann noch und die sind auch nicht besonders großartig. Und das war es, das war es wirklich an Action. Ihr seht da keine Kämpfe, es gibt keine sich wild überschlagenen Autos oder sonst etwaige Einlagen, das war wirklich alles an Action. Ja, also der Film ist wirklich, ja, zahm ist das falsche Wort, er ist langweilig. Sagen wir es so, wie es ist, er ist wirklich total langweilig. Es passiert selten was aus dieser eigentlich spannenden Grundlage, dass da wirklich jemand mit einem Arsch auf der Bombe sitzt und einfach fahren muss. Wird nichts gemacht. Und du hast es schon gesagt, die Kinder sind mehr als nervig. Natürlich, unter anderem wird, glaube ich, der Sohn gespielt von Jack Champion, der irgendwie beim letzten Avatar-Film irgendwie einer von diesen Menschenkindern war, die da bei diesem blauen Fieder, ist ja egal. Jedenfalls nervige Figuren oder Figuren, die absolut egal sind. Und Liam Neeson, der vermutlich sich auch gerade wundert, dass der Film in die Kinos kommt und nicht direkt auf die Kinos rauskommt. Ja, und was du am Anfang sagtest, die Prämisse ist spannend. Man könnte vielleicht auch noch sagen, warum ist sie eigentlich nicht nur spannend, sondern sogar zeitgemäß und war das schon 2015, aber ist es jetzt vielleicht noch ein ganzes Stück mehr? Weil, wenn man die ganze Grundkonstellation sich nur betrachtet, das eigentlich eine wunderbare Steilvorlage ist für eine richtig schöne Imperialismus-Kritik, die trotzdem noch ein guter Action-Film hätte sein können, wenn man es denn nur so gemacht wird, wenn man es nur so gemacht hätte. Und tatsächlich hat die japanische Version übrigens da versucht, ein bisschen mehr reinzuschieben. Denn im Original, das ich jetzt ja mal spoilern darf, weil es schon bald zehn Jahre alt ist, ist das nämlich so, dass dieser Investmentbanker, der dadurch, weiß gar nicht, ob es Madrid ist oder durch eine große Stadt fährt, tatsächlich einige Leute in den Tod getrieben hat mit falschen Investitionsversprechen und seiner grenzenlosen Gier, also durchaus Schuld auf sich geladen, auch wenn der Film das dann so abschwächt, dass man denken soll, naja, es war ja nicht wirklich seine Schuld, warum müssen sich manche Leute gleich umbringen? Aber das hat tatsächlich das Potenzial da, dass man sich hätte sagen können, hey, das kann man ja mal ein bisschen besser machen, vielleicht mal hinterfragen, wie moralisch eigentlich jemand handelt, der vielleicht nach außen hin saubere Hände hat. Aber das dadurch aufbaut und seinen ganzen Reichtum hat, dass er andere Leute eben systematisch ruiniert. Ja, also daraus macht der Retribution auch wirklich nichts. Also neben Niesen wird er am Anfang halt so vorgestellt, von wegen, ja, er ist halt der super Finanzguru und für ihn, der schafft einfach alles. Und dann, ja, kommt dann die, ich sag mal, die Wandlung, wobei ich hab die Wandlung nicht richtig nachvollziehen können. Äh, aber ansonsten ist der Film halt wirklich sehr bräsig, sehr, liegt irgendwie gefühlt alles brach und selbst. Du hast es schon gesagt, wenn mal Action kommt, ist es sehr kurz. Und ja, ich fahr mal einmal um den Block mit 40 kmh statt 30. So, juhu, vielen Dank für den Aufwand, den er betrieben hat. Also tatsächlich, muss ich sagen, in diesem Film funktioniert wirklich gar nichts. Und für mich ist es, ja, mit einer der Actionfilme, ja, aber er wird als Actionfilm, finde ich, vermarktet. Er ist einer der schlechtesten Actionfilme des Jahres, neben einem anderen Film, den ich hier aber nicht nennen darf, aus Embargo-Grunden. Ja, ich habe die starke Vermutung, dass der andere schlechte Actionfilm einer ist, den Stu und ich, wir beide gestern schon besprochen haben. Und ich stimme dir absolut zu, auch wenn diese Filme nach außen hin recht unterschiedlich sind. Dieser hier ist nämlich wesentlich sauberer, wesentlich glatter äußerlich inszeniert, aber eben unglaublich dröge, wie du schon sagtest, und langweilig. Und eben auch so, dass das kleine bisschen, was da hätte drin sein können an Psychologie oder Zeit, Kontext oder Spannung, wirklich systematisch offenbar rausgenommen wurde. Also hätten sie diese Elemente einfach da belassen und es einfach nur so nochmal eben hier in Berlin mit Lein Niesen gemacht, dann wäre es noch besser, als es so ist, nachdem sie das einfach getilgt hat. Mir tut Lein Niesen auch irgendwie leid, weil ich halte ihn ja für einen sehr guten Darsteller, aber irgendwie, seitdem er entdeckt hat, okay, mit Actionfilmen oder Füllern kriege ich relativ gut Kohle. Also ich will nicht sagen, dass die Karriere leider runtergeht, aber ich finde es irgendwie schade, ihn in solchen Rollen zu sehen. Und Retribution ist wirklich ein Film, ich hätte mich auch nicht gewundert, wenn er wie so viele andere Niesenfilme der letzten Jahre, würde gesagt, direkt fürs Heimkino erschienen wäre. Und da ist nichts dran an diesem Film, was ihn berechtigt, auf der großen Leimann zu laufen. Wirklich gar nicht. Das ist unglaublich schade. Ja, und mir tut auch Lein Niesen nicht mehr wirklich leid, einfach aus dem Grund, dass er offenbar zumindest das meinen Eindruck gefallen findet, an diesen Filmen, die immer wieder eine erzrepublikanische, konservative Message haben. Und ich sehe da persönlich auch so eine gewisse Äußerung von politischer Gesinnung drin, obwohl das natürlich riskant ist, sowas da zu interpretieren. Aber wenn jemand sich systematisch immer wieder und wieder und wieder vorwiegend oder fast ausschließlich solche Filme aussucht, dann hat das irgendwo auch Methode. Und darum tut es mir dann auch nicht mehr leid um ihn, zumal ich ihn auch nie so berauschend fand als Schauspieler. Es gibt ja das Gerücht, dass er im Remake von Nackenkanone Frank Drabben spielen soll. Und das wäre tatsächlich etwas, worauf ich gespannt bin. Allerdings muss man sagen, bei Retribution gibt es keinerlei Humor. Wobei doch, es gibt einen... Es gibt einen guten Witz über die Deutsche Bahn. Ja, genau. Wobei der nicht gewollt ist, glaube ich. Nee. Da merkt man, glaube ich, schon, dass die Drehbuchautoren nicht Deutsche sind, weil man kann ja sagen, also in der Wahrnehmung vieler Nichtdeutscher ist die Deutsche Bahn halt pünktlich. Und seien wir ehrlich, das ist halt total erschüttert. Ja, das glauben alle, alle, die nie mit der Deutschen Bahn gefahren sind. Ja, die glauben, vielleicht ist die Deutsche Bahn pünktlich auf die Minute kommt, statt ständig Zugausfälle zu haben und Verschiebungen von Gleis A nach Gleis B nach Gleis C. Vielleicht noch als Warnung an alle, die immer noch Lieben-Nießen-Fan sind oder Reim-Nießen und hoffen, dass hier er mal auch ein bisschen was zeigen darf. Nee. Das Größte der Gefühle ist am Anfang, da trainiert er am Boxsack, da haut er ein paar Mal drauf und dann dachte ich so, okay, da wird vermutlich im Laufe, das ist der Handlung, vielleicht im Finale so eine Szene kommen, wo er halt dem Schurken gegenübersteht und dann gibt's mal, ja, eins aufs Fressbrett. Nein. Das ist wirklich so, Lieben-Nießen sitzt 90% der Zeit vor dem Lenkrad oder hinter dem Lenkrad und bedient sein Mercedes oder was ein Audi, ist ja egal. Also da wirklich, habt keine Erwartungen dran, da kommt nichts. Ja, also wir haben ja auch, vielleicht könnte man das noch erwähnen, in einer Nebenrolle Matthew Modan, den man jetzt auch nicht mehr so oft in größeren Filmen sieht, ab und zu mal wieder im Hintergrund und auch der hat wirklich nichts zu tun. Also, taucht kaum auf und hat eine Rolle, aus der er absolut nichts machen kann und auch dann offenbar keinen Bock hat, da mehr zu tun. Es ist in jeder Hinsicht ein Lama-Rundfahrtfilm durch die Stadt, aber ihr seht immer nur anderthalb Blöcke von Berlin. Also es ist nicht mal so, dass ihr sagen könnt, ach, da ist ja aus Sicht der Reichstag und da ist der Dom und der Fernsehturm. Nee, ihr seht immer nur die gleiche Mitte, Ecke. Und ich verstehe es halt einfach nicht. Ich meine, gut, sie wollten halt einen Remake machen und für viele ist halt Leimdienst eben auch ein großer Hollywood-Star. Aber warum dann wieder in Deutschland? Warum dann nicht in irgendeiner anderen Stadt? Weil ich meine, die Stadt ist ja quasi bei so einer Art von Handlung der zweite Hauptdarsteller. Und wir hatten halt Berlin schon mal einen Streik nicht aus, der by the way auch nicht besonders gut war. Aber das ist so faul und dann nutzen die die Stadt noch nicht mal. Und man kann mir nicht erzählen, dass es so schwierig ist, ein paar Impressionen von Berlin einzufangen. Ja, es ist wirklich auch unter dem Aspekt, dass dieser Film ja nun dieses Element Auto herumfahren als zentrale Aktion hat. enttäuschend wenig Fahraction da. Man denkt, da kommt jetzt vielleicht irgendwie noch mehr, dass vielleicht jemand ihn in mehr Situationen zwingen will, auszusteigen, dass er andere Probleme da hat, sein Auto irgendwie in Balance zu halten, damit die Bombe nicht hoch geht oder so. Aber nein, es ist einfach wirklich nur freie Bahn, jede Ampel auf grün, alles gut. Selbst die Polizei, die ihm dann irgendwann auf den Fersen ist und so einen gewissen Verdacht, dann hegt das eher der Bombenleger sei. Selbst die bringt ihn nicht in Bedrängnis. Also, ja, da ist das Drehbuch auch wirklich faul geschrieben und überhaupt nicht logisch, also nicht mal innerhalb der filmischen Gegebenheiten kohärent gedacht. Das kann ich nur so unterschreiben. Ja, also, ich glaube, wir haben es jetzt in 15 Minuten relativ gut auf den Punkt gebracht, dass Retribution für uns das Highlight des Kinojahres ist. Geht ihn auf jeden Fall gucken. Am besten dreimal täglich, denn er ist, das muss man ihm lassen, er ist mit 90 Minuten relativ kurz, aber nicht kurzweilig. Ach, ich dachte, nicht kurz genug. So, ja, das stimmt. Ja, nee, aber ich merke halt wirklich in den letzten Jahren, dass ich echt immer ganz froh bin, wenn ich dann auch nach 100 Minuten statt 140 aus dem Kino mal raus bin. Ja, das geht mir absolut genauso, zumal die meisten Filme ja dann noch auserzählt sind. Ich sehe da mehr so einen Zwang zur Überlänge und ich glaube, das hat auch stark damit zu tun, dass viele den extra Euro oder die extra zwei Euro, die man dann tassieren kann, wenn ein Film Überlänge hat, wollen und nicht unbedingt eine ausführliche Story haben und natürlich an einem generellen Syndrom unserer Zeit, dass alles immer länger wird. Filmkritiken, Online-Artikel, Podcasts, alles wird immer länger. Gut, den Weg mit dem Zaunfall habe ich verstanden. Das war unsere Übersprechung zur Retribution. Lida, wenn du willst, kannst du gerne noch ein finales Fazit zum Film abgeben. Ja, wenn ihr Geld gut investieren wollt, dann besser hier nicht in eine Kinokarte, ne? Dann sage ich einfach nur Dito und danke euch da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, Teleschampisch gibt es überall, wo es Likes gibt. Ich sage tschüss, fahrt vorsichtig, viel Spaß im Kino und Lida, dir gebührt das letzte Wort. Macht's gut, Leute, wir hören uns wieder. Ich bin eure Lida. Ciao. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Teleschampisch, betreiben ein semi-professionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcastplattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Applaus Applaus Vielen Dank. Applaus